Ey, so easy. Okay, ihr könnt abgeben. Die anderen haben noch viel Zeit. Warte, was? Ich habe nicht meine erste Aufgabe fertig. Was ist bei euch los? Oh, nee, warte. Alle müssen jetzt abgeben. Ist alles vorbei. Was? Scheiß, Mann. Nee, nicht scheiße. Die Klausur. Ach so. Hast du jetzt verwechselt, ne? Ja, genau. Hab ich verwechselt. Das hab ich mir gedacht. Dann ist ja gut, dass du das gedacht hast. Find ich auch gut. Aber da hast du falsch gedacht. Hab ich falsch gedacht. Hab ich nicht verwechselt. Hast du nicht? Hab ich nicht. Echt? Ja. Krass. Respekt. Vielen Dank. Jetzt ist es ja schon passiert. Ja. Dann kannst du das doch nicht wieder zurücknehmen. Nicht? Nee. Außerdem sagt man das nur so. Ich will nicht wirklich nicht gedankt werden. Nicht? Nee, nee. Ach so, das tut mir leid. Sollte es auch. Wie kann ich das wieder gut machen? Das zurücknehmen zurücknehmen. Kann ich nicht einfach ein neues Danke raushauen? Nein, da wird meine KD scheiße. Deine was? KD. Was das denn? Kein Danke zu Danke. Division. Division? Ja, so ähnlich, Leute. Okay, nice, stabil. Okay, aber du musst dich trotzdem abgeben. Musst ich? Musst du. Mit Muß? Nee, gerne ohne. Alles klar. Ja.